Du bist zu weit hängen. Du hast meine ganze Seite hier offen gelassen. Er ist jetzt der linken. Also musst du automatisch mehr auf diese Seite stehen. Wenn er dort ist, wo er rechter ist, dann bist du dann mehr hier. Ist das gut? Sauber. Oh! Hast du das? Shuffle, shuffle, shuffle. Auf die Position. Eins, zwei, drei, zurück. Ich finde es sehr wichtig. Ich konnte das schon durchmachen hier in Davos. Es war immer eine sehr gute Inspiration für mich, an Leo zuzuschauen, an Bera zuzuschauen. Von ihnen ein paar Inputs zu bekommen. Und ich glaube für die Jungen, um den nächsten Schritt zu machen oder immer dran zu bleiben und noch mehr zu trainieren, ist sehr wichtig. Wir sind vielleicht die Vorbilder von ihnen. Und wenn wir ihnen noch gewisse Tipps geben und gewisse Sachen sagen können, die sie brauchen, hilft es ihnen sicher. Posten suchen, Mitte, Schuss. Schuss. Gut. Sehr schön. Da, 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 da. Gut. Das war perfekt. Du schaue an, wenn du zu früh an die Pfosten gehst, wenn er raus ist. Das ist eine große Karte, der ist so großartig. Ja, da. Bis zum nächsten Mal.